Willkommen zu einem der wohl wichtigsten Videos, das ich jemals auf diesem Channel gemacht habe. Wenn du das Glück hast, jetzt hier dieses Video zu schauen, kannst du dich sehr glücklich schätzen, denn das Thema, was ich jetzt besprechen möchte, ist, glaube ich, das wichtigste Thema, was ich hier jemals auf dem Channel grundsätzlich besprochen habe, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele Männer betrifft. Und deswegen muss es unbedingt angesprochen werden. Denn das Thema von heute, und du wirst dann im Verlaufe des Vortrags so stehen, worum es geht, ist, was Frauen dir niemals geben werden. Und dazu möchte ich dir eine Einstiegsfrage stellen, nämlich die Frage, warum möchtest du überhaupt erfolgreicher mit Frauen sein? Warum möchtest du besser flirten? Warum möchtest du das alles besser können? Du kannst mal kurz darüber nachdenken, was deine Antwort darauf ist. Und die klassischen Antworten, die klassischen Gründe, die ich so kenne, aus meiner Arbeit mit mittlerweile über 1000 Männern, sind diese beiden. Erstens, ich will eine Freundin, und zweitens, ich will regelmäßigen Sex. Das sind, sag ich mal, die zwei häufigsten oberflächlichen Gründe. Also die Gründe, die zuerst genannt werden. Aber worum geht es eigentlich immer im Kern bei diesen Sachen? Es geht natürlich klar darum, eine Freundin zu haben oder darum, Sex zu haben, aber darum geht es ja nicht wirklich. Es geht ja um etwas anderes. Im Kern geht es um etwas anderes, aber worum geht es da eigentlich? Es geht um sowas wie Anerkennung von Frauen oder Anerkennung von anderen Männern à la der Typ ist ja heiß oder attraktiv oder von Männern, der Typ hat es ja drauf mit Frauen, der ist cool. War bei mir damals in der Schule auch so, die Typen mit, oder ich hatte das Gefühl, wenn man eine Freundin hatte, dann war man cool, deswegen wollte ich unbedingt eine Freundin haben. So, das war der Grund, warum ich eine Freundin haben wollte. Weil ich auch cool sein wollte. Anerkennung von Frauen oder von anderen Männern. Oder Anerkennung, die du dir dann selbst geben darfst. Ich habe Frauen oder ich habe es drauf mit Frauen, ich bin was. Ich habe es drauf. Sehr gut. Ich darf mich gut fühlen. Das ist also alles mehr so eine Erlaubnis, sich gut zu fühlen. Es geht um positive Gefühle, wie eigentlich immer in unserem Leben. Es geht immer in unserem Leben um positive Gefühle. Fast alles, was wir tun, und das habe ich schon mal besprochen, machen wir, um positive Gefühle zu bekommen. Das kannst du mal nachchecken, ganz einfach, indem du dir überlegst, warum du überhaupt irgendetwas machst. Und du wirst zu dem Ergebnis kommen, du machst das wahrscheinlich deswegen, um positive Gefühle zu bekommen. So ist es hier auch. Hier geht es viel um Anerkennung. Ja, das ist auch der Grund, warum Männer da draußen rumlaufen und immer anderen Männern erzählen, ja, guck mal hier, das Bild von der neuen Schlampe, die ich geknallt habe. Ich bin so cool und ich nenne Frauenschlampe. Ich bin so ein cooler Typ. Schau, wie viele Frauen ich hatte. Yeah, yeah, yeah. Und ich will mich da nicht ausklammern, denn das habe ich auch sehr viel gemacht. Ich habe auch eine Liste gehabt, auf die ich aufgeschrieben habe, mit vielen Frauen nicht geschlafen habe. Das ist natürlich pur Ego. Ja, das ist für mich, damit ich mich cool fühlen kann und damit ich anderen sagen kann, wie cool ich bin. Guck mal, ich habe mit vielen Frauen geschlafen, ich bin so cool. Ja, das ist einer der häufigsten Gründe, warum Männer sich mit Frauen verbessern wollen. Weil sie sich besser fühlen wollen. Ja, weil sie auch, also gerade mit Männern, die eine Freundin haben wollen, die zum Beispiel nie eine Freundin hatten oder noch Jungfrau sind, gerade da, die wollen dann unbedingt ihre Jungfräulichkeit verlieren, unbedingt eine Freundin haben, damit sie so sind wie die anderen, damit sie normal sind, damit sie sich nicht schlecht fühlen müssen. Es geht um positive Emotionen. Deswegen wollen wir erfolgreicher mit Frauen werden. Man könnte auch sagen, es geht darum, dass du dich gut mit dir selbst fühlst, im Allgemeinen. Na, und du kannst das auch wieder testen. Jeder deiner Absichten mit Frauen läuft am Ende des Tages darauf hinaus, dass du dich gut mit dir selbst fühlst. Das kannst du checken, das ist tatsächlich so. Das ist einfach so. Ich wüsste nicht, dass es irgendwas gäbe, wo das nicht so wäre. Alles, was du an Absichten mit Frauen haben könntest, läuft am Ende des Tages darauf hinaus, dass du dich gut mit dir selbst fühlst. Sex natürlich auch. Wenn du Sex mit einer Frau hast, fühlst du dich körperlich gut und fühlst dich dann geistig gut, weil du gerade eine Frau flachgelegt hast oder was auch immer. So. Oder etwa nicht. Das habe ich dir hingeschrieben, um dir die Frage zu stellen. Oder etwa nicht. Ist das etwa nicht so? Du merkst wahrscheinlich selbst, wenn du es selbst überprüfst. So ist es. Es geht immer darum, sich gut mit dir selbst zu fühlen, um Anerkennung von dir für dich selbst oder um Anerkennung von Frauen oder anderen Männern für dich. Der Kern ist, innerlich fühlst du dich nicht gut genug, deswegen suchst du im Außen nach Erfüllung. Ja, das ist sozusagen der Kern von dem, was wir hier machen. Also, was wir Menschen machen. Nicht nur im Thema Frauen, sondern auch mit zum Beispiel Geld oder teuren Autos oder einem schlanken Körper, gerade was jetzt Frauen angeht. Bei Frauen ist es eher so dieses Gutaussehen-Ding, bei uns Männern ist es eher so dieses Erfolg im Außen-Ding. Es ist aber im Grunde das Gleiche. Innerlich fühlen wir uns nicht gut genug und deswegen suchen wir im Außen nach Erfüllung. Das ist ganz klassisch. Das macht einfach jeder. Ja, wenn es dir jetzt nicht bewusst ist oder bis jetzt nicht bewusst ist, dann mach es dir mal bewusst. Du machst das nämlich auch. So, wozu führt das aber oft? Dazu eine kleine Geschichte. Ich kenne einen Mann. Ich kenne mehrere Männer, aber diesen speziellen Mann. Ich kenne einen Mann, der immer weiter geht. Ja, der hat viele Frauen getroffen, hat mit vielen Frauen geschlafen und hat dann irgendwann festgestellt, okay, irgendwie kriege ich nicht das, was ich mir gehofft hatte, dass ich bekomme. Klar, er hat viele Frauen gehabt, er hat mit vielen Frauen geschlafen, Leute haben ihn teilweise dafür gefeiert, aber irgendwie war innerlich noch nichts wirklich verändert, hat er festgestellt. Und dann hat er das gemacht, was ganz, ganz viele Menschen machen, wenn sie das feststellen. Also wenn sie feststellen, hey, die Sache, mit der ich eigentlich das Loch stopfen wollte, stopft das Loch ja gar nicht. Er hat sich dann gedacht, okay, vielleicht kann ich das Loch stopfen, indem ich noch mehr Frauen bekomme. Und dann ist er rausgegangen und hat daran gearbeitet, Dreier mit Frauen zu haben oder größere Gruppensex-Sachen mit Frauen. Mehrere Frauen gleichzeitig. So viele Frauen, wie es geht. Mehrere Frauen an einem Abend, mehrere Frauen an einem Tag. Immer mehr, immer weiter. Weil, wenn man mehr macht, dann wird es ja vielleicht was. Also kennen wir das aus unserer Gesellschaft. Mehr zu machen, ist gut. Also machen wir das einfach mal. Wenn das aber nicht klappt, wie auch im Fall dieses Mannes, dann machen wir etwas anderes. Nämlich, dann konzentrieren wir uns auf etwas anderes. Ah, okay, das Frauending war es nicht. Dann muss es etwas anderes sein. Und was hat dieser Mann dann gemacht? Dieser Mann hat dann angefangen, viel Geld zu verdienen. Weil er sich dachte, hey, das muss es sein. Und was hat er dann festgestellt? Er hat dann festgestellt, auch das ist es nicht. Und welchen Schritt er jetzt als nächstes macht, weiß ich noch nicht genau. Das wird sich noch zeigen. Vielleicht wird er jetzt mehr Geld verdienen oder noch mehr Frauen haben. Und vielleicht denkt er sich, klappt das dann ja irgendwann. So machen das ganz viele Menschen. Und das sind unsere beiden einzigen Strategien. Wir wollen mehr oder wir holen uns etwas anderes. Wir jagen oft etwas hinterher, um uns gut genug oder wertvoll zu fühlen. Wie der Mann in der Geschichte, der immer mehr Frauen haben wollte, immer mehr Anerkennung, immer mehr Geld, was auch wieder Anerkennung ist, aber festgestellt hat, egal wie viel ich davon bekomme, es reicht einfach nicht. Es ist nicht genug. Schlussfolgerung, ich brauche mehr oder etwas anderes. Die Schlussfolgerung ist, oder das, was ich dir heute mitgeben möchte, Frauen oder allgemein etwas im Außen, kann nicht dafür sorgen, dass du dich auf Dauer wertvoll fühlst. Warum nicht? Wir leben in einer Welt der Dualitäten. Was bedeutet das? Das ist ganz einfach. Hier siehst du einen glücklichen Mann. Was ist das Gegenteil des glücklichen Mannes? Ein trauriger Mann. Und das ist Dualität. Da ist ein glücklicher Mann und da ist ein trauriger Mann. Jeder Mensch, der mal glücklich war, war auch mal traurig. Dualität. Tag, Nacht. Leben, Tod. Warm, Kalt. Sonne, Mond. Winter, Sommer. Und ganz viele andere Sachen. Krank, gesund. Alles Dualität. Alles hat einen Gegensatz. Meistens eine positive Sache, wie glücklich sein, und eine negative Gegensache, wie traurig sein. Alles. Alles in der Welt außen hat einen Gegensatz. Alles im Außen wird sich irgendwann in sein Gegenteil verwandeln. Das kennst du sicher auch. Die Sache, die dir heute Freude macht, bereitet dir morgen Schmerz. Und ein perfektes Beispiel dafür, das wahrscheinlich jeder kennt, oder gut, manche Männer kennen es vielleicht noch nicht, aber ist eine Beziehung. Ja, man geht in eine Beziehung und man fühlt sich großartig. Ja, man ist in eine Beziehung gegangen, um sich gut zu fühlen. Und das hat geklappt. Und jetzt denkt man, oh mein Gott, man hat den heiligen Gral gefunden. Eine Beziehung ist genau das, was man braucht, um sich großartig zu fühlen. Denn man fühlt sich ja gerade großartig. Super. Endlich ist das Rätsel gelöst. Aber dann klappt irgendwas in der Beziehung auf Dauer nicht mehr und die Beziehung wird zu einer Quelle von ganz, ganz großem Schmerz. In der Beziehung und dann auch, klar, wenn man sich trennt, in einer Trennung. Und jeder, der mal eine Beziehung hatte, hat das bereits erlebt. Natürlich gibt es auch Beziehungen, die ein Leben lang halten und vielleicht auch ein Leben lang gut laufen, aber erstens sind das die wenigsten und zweitens endet auch das dann irgendwann mit dem Tod. Also ist dann auch wieder Schmerz da, wenn der eine Partner dann am Ende des Tages ohne den anderen dasteht. Also alles wird sich irgendwann in sein Gegenteil verwandeln. Spätestens im Tod, meistens aber viel früher. Also jeder Mensch hat bestimmt bisher in der Ehe ist, einige Beziehungen gehabt, die nicht funktioniert haben und die Schmerz mitgebracht haben. Ganz klassisches Beispiel, Dualität. Du bist super happy in der Beziehung, dann kannst du auch richtig traurig durch die Beziehung werden. So ist das. Das ist Dualität. So läuft unsere Welt. Bei allen. Ja, du verdienst viel Geld, dann kannst du auch viel Geld verlieren. Ob du jetzt das Geld erst verlierst, wenn du tot bist oder ob du es schon vorher verlierst. Aber du verlierst es. Dualität. Das ist immer so. Okay? Alles im Außen wird sich irgendwann in sein Gegenteil verwandeln. Und das bedeutet, dass Dinge im Außen dich nicht komplett machen können. Dinge im Außen können nicht dafür sorgen, dass du genug bist, weil sie immer irgendwann in ihr Gegenteil sich verwandeln. Und dann ist es wieder weg. Es ist also niemals permanent. Ja, die Frau, die heute dafür sorgt, dass du dich gut fühlst, dass du dich vollkommen fühlst, wird morgen dafür sorgen, dass du dich wie der schlechteste Mann auf der Welt fühlst. Dinge im Außen können das nicht leisten. Frauen können das nicht leisten. Frauen können nicht dafür sorgen, dass du dich gut genug fühlst. Ja. Frauen können nicht dafür sorgen, dass du dich auf Dauer wertvoll oder gut genug fühlst. Und du kannst dir das so vorstellen, du bist auf der Suche nach Erfüllung. Und ganz viele Menschen sind das. So, du bist dieser blaue Kreis und du suchst Erfüllung in mehr Geld, mehr Anerkennung, vielleicht mehr Berühmtheit oder mehr Frauen. Oder was auch immer. Du kannst das durch tausend verschiedene Sachen ersetzen. Wie gesagt, für Frauen ist es vielleicht eher so, besser aussehen, hübscher sein, gut gekleidet sein, Anerkennung von anderen Frauen, schlank sein. Das sind eher so die Dinge, die für Frauen zählen. Für uns Männer ein paar andere Dinge, aber es kommt im Ende aufs Gleiche raus. Alles ist extern, alles ist von außen. Wenn eine Frau dafür sorgt, dass sie schlank ist oder schön aussieht, irgendwann wird das auch vergehen. Dualität. Und dann, ja, kann man es leider nicht dafür benutzen, sich auf Dauer gut genug oder wertvoll zu fühlen. Der Clou ist, hier drin, in dir, liegt der eigentliche Schlüssel. Du suchst Erfüllung nach, du suchst Erfüllung im Außen, dabei liegt das im Inneren. Naja, deswegen geht es ja auch bei diesem ganzen Flirt-Dating-Thema nicht nur um Frauen und Flirten, klar, darum geht es auch, aber es geht auch viel um persönliche Entwicklung, um innere Prozesse. Darum, dass du dich mit dir auf innerer Ebene auseinandersetzt. Weil nur der Weg ins Innere wird dich an den Punkt fühlen, an den du eigentlich möchtest. Nämlich, dass du dich erfüllt fühlst. Außen kann das nicht leisten. Was ist die Schlussfolgerung aus all diesen Sachen? Schluss mit Frauen und ab ins Kloster oder nie wieder Frauen ansprechen oder sich nie um das Thema kümmern? Nein, natürlich nicht. Es geht einzig und allein darum, dass du erkennst, dass Frauen nicht dafür sorgen können, dass du dich genug mit dir selbst fühlst. Das können Frauen dir niemals geben. Das kann nichts da draußen dir jemals geben. Du kannst weiterhin Frauen ansprechen, du kannst weiterhin mit Frauen schlafen, du kannst weiterhin Beziehungen mit Frauen führen, aber mach das nicht aus dem Grund, weil du denkst, dann fühlst du dich vollkommen. Denn das wird nicht passieren. So einfach ist das. Heißt nicht, dass du nicht all die Sachen machen sollst. Kauf dir ein teures Auto. Kauf dir teure Klamotten. Hab einen geilen Job, dem du viel Geld verdienst. Aber mach diese Dinge nicht, weil du denkst, danach bist du der King oder fühlst dich genug. Du bist bereits genug. Und das weißt du vielleicht nicht, weil man dir ganz lange irgendwas anderes erzählt hat. Im Kern bist du bereits genug und nichts weiter ist notwendig. Das wirst du mir jetzt noch nicht glauben, weil man dir dein Leben lang was anderes erzählt hat. Ja, dir hat man dein Leben lang erzählt, das und das musst du noch bekommen, dann bist du gut genug. Aber so ist es nicht. Verbesser dich mit Frauen. Lern mit Frauen umzugehen. All das macht Spaß. All das ist Leben. Das gehört zum Leben dazu. Aber es dient nicht dafür, dich glücklich, was heißt glücklich schon, das kann dich glücklich machen für eine Zeit. Und dann wieder traurig, aber es dient nicht dazu, dich komplett zu machen. Es dient nicht dazu, dafür zu sorgen, dass du dich genug fühlst, dass du dich wertvoll mit dir selbst fühlst. Das kann Frau niemals leisten. Schön, dass du dabei warst. Ich lasse das Ganze erstmal so einsinken. Schreib mir gerne Kommentare, was du von dem Thema hältst. Hier auf dem Fall, wo abonnieren steht, kannst du den Channel abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Auf dem Fall kostenlose Beratungssession kannst du eine kostenlose Beratungssession dich bei mir bewerben. Und da klären wir zusammen, wie wir deinen Erfolg bei Frauen aufs nächste Level bringen können, wie ich dir dabei helfen kann. Und unten rechts in der Ecke gibt es eine persönliche Videoempfehlung von mir, die du nach diesem Video weiterschauen solltest. Allerdings lass das Ganze mal ein bisschen sacken. Schreib mir was dazu in die Kommentare. Was denkst du dazu? Wird mich sehr interessieren. Geil, dass du hier warst heute, an dem heutigen Tag.